50 Jahre Fachhochschule, Hochschule Trier, 25 Jahre Umweltcampus in Birkenfeld und 15 Jahre Campusgestaltung. Das sind drei bemerkenswerte Jubiläen, die in diesem Jahr zusammenfallen. Und sie zeigen schon in den Begrifflichkeiten, welche Bedeutung die Hochschule auch für unsere Region hat. Für uns hier vor Ort steht natürlich der Umweltcampus in Birkenfeld im Vordergrund. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor 25 Jahren dort das erste Mal war, damals noch das Lehrer-Hospital, es standen noch die Betten der amerikanischen Militärverwaltung dort drin. Und niemand konnte sich, glaube ich, so richtig vorstellen, welcher Erfolg das werden würde. Eine international wirkende und bekannte Hochschule mit tausenden von Studierenden, mit großem Input, nicht nur in die wissenschaftliche Welt, sondern auch in die Unternehmen hier in unserer Region. Da sind wir sehr stolz drauf und ich freue mich auf als nächstes Jubiläum nochmal 50 Jahre Hochschule. Den Umweltcampus und auch den Fachbereich Gestaltung ist eine gute Zeit für unsere Region.